Moin, mein Name ist Matthias Grote. Ich vertrete Ostfriesland im Europäischen Parlament. Ich habe eine Bitte. Am 25. September finden in Norden die Schichtwahlen um das Bürgermeisteramt statt. Und ich möchte eine Empfehlung aussprechen. Und zwar eine Empfehlung für Julia Feldmann. Julia Feldmann kenne ich seit 20 Jahren und ich schätze ihre Arbeit. Sie arbeitet grundsolide. Ich arbeite seit 20 Jahren vertrauensvoll mit ihr zusammen auf kommunaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene. Wenn sie ein Anliegen hat, greift sie zum Telefonhörer. Julia Feldmann ist bestens vernetzt. Julia Feldmann kennt ihre Stadt und Julia Feldmann macht eine grundsolide und ehrliche Politik. Und darum bitte ich Sie, am 25. September, am Sonntag, Julia Feldmann, ihre Stimme zu geben.